Herzlich Willkommen zu Hamperl Live auf K19. Heute ist Entscheidungstag in der Spurzulega. Mein Lauf ist relativ einfach zu spielen, das hat man dann auch gesehen. Beim Aufwärmen juckt es natürlich schon noch ohne Ende. Es war komplett ein verkorkster Start. Was für ein geiler Fight und geiler Krimi, also unglaublich, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper immer noch. Aber einfach geil vor den Leuten, so eine enge Kiste, das macht einfach Spaß. Das wird dann ziemlich spätlich sein.